Hallo und willkommen bei Lika. Heute machen wir das versprochene Verlösungsvideo. Yeah, super. Okay, na dann. Ich habe hier eine Schüssel vorbereitet mit den Kommentaren von den letzten neuen Videos. Wow, das war aber fleißig. Am Anfang wollte ich 10 machen, aber da habe ich mir dann doch gedacht, 10 ist so die Zahl, die voll oft genutzt wird. Genau, also nicht mehr eine andere Zahl. Warum nicht? Why not? Ja, gute Idee. Klingt gut. Sehr kreativ, cool. Ja. So, und dann, was machen wir jetzt? Wie geht das jetzt? Das ist jetzt das Video, in dem du deine Steine, diese Steinwürfeln verlosen tust. Zum hundertsten Abonnenten quasi. Zum hundertsten Abonnenten, oder? Ja, ne? Wurscht? Okay. Ja, also die Regeln, wenn man, wenn der Kommentar von jemanden gewann hat, dann soll man hier eben... Ah ja, genau. Ich blende jetzt eine E-Mail-Adresse ein, und zwar jetzt hier. Die beiden, die, also die, Lika hat gesagt, wir ziehen zwei Namen, und jeder bekommt einen zu einem Würfel, und wenn du so einen Würfel gewonnen hast, also wenn wir deinen Namen aus dem Hut ziehen, dann schreibst du mir bitte eine E-Mail mit deiner Adresse, damit wir dir die Steine auch zuschicken können. Einen davon. Also einen davon zuschicken können, natürlich, ja. Genau. Und den anderen bekommt jemand anderen. Ja, jemand anderen, genau. Aber beides müssen sich gut bei uns bemerken, weil, natürlich, ähm, sonst können wir sie auch nicht zuschicken, weil wir können ja nicht der Post sagen, schickt das der Person so und so, ohne Adresse, das geht nicht. Gut. Ja. Kosta weiß uns nichts, also wir zahlen auch das Porta, also ich zahle auch das Porta für den Versand. Gut. Na dann. Ähm, der eine hält dem anderen die Augen zu, während der an die Schüssel gerade in den Kommentar rauszieht. Okay. Ich halte mir die Augen zu, während du dir rausziehst, die Schüssel aus der Schüssel ziehst? Nein. Der eine hält dem anderen die Augen zu. Welche eine? Hört welchen anderen? Sagen wir, wenn du jetzt ziehst, dann halte ich dir die Augen zu. Aha. Aber bei mir reicht, sonst muss man die Brille wegnehmen. Ich sehe ja auch nicht mehr. Na gut, dann machen wir das so. Dann gibst du die Brille weg und ich halte. Ja, also darf ich schon ziehen? Ja. Okay. Also, dann halte ich mir meine Augen zu. Jetzt muss ich die... Ah, da ist die Schüssel. Gut. Also er sieht wirklich nichts. Keine Ahnung, ja. Du kannst die Augen schon mit aufhangen. Schau. Okay, ich sehe aber da immer noch nichts. Ich muss die Brille wieder aufsetzen. So, jetzt sehe ich was. Also, was ist das für ein Kommentar? Es ist von... Ah, vom letzten Video. Oh, wer denn? Ladonna. Wien. E-N. Wien. Englischer. Ladonna Wien. Zack, du rein. Ich habe wunderschön geschrieben. Ja, kann man fast lesen. Jetzt schmeißt das Hobby auch noch, aber man hat es ja schon gesehen. Okay. Also, Gewinner 1 ist Ladonna Wien. Das kommt jetzt dann hier noch einmal eingeblendet, wie es genau geschrieben wird, damit derjenige auch weiß, wer er ist. So, zweiter. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das sehe ich so. Gib her. Den heben wir auf. Der hat geschrieben, lustiger Zauber... Der oder die hat geschrieben, lustiger Zauberträger. Jetzt musst du ziehen. Schiechig greifen zur Schüssel. Ja. Die Hand ist richtig. Und hast du schon was rausgezogen? Ja. Zeigst du her? Ah ja, genau. Da ist es. Und diesmal halte ich ihn auf und zeige ihn der Kamera zuerst. Okay. Was ist es, Schöner? Ich kann es sogar so lesen. Ich kann die Schrift nicht lesen. Was heißt das? Angst drin. Meisterin des Schmelzens. Aber das Eis muss vorher essen und nicht schmelzen. Ja, genau. Sehr gut. Okay, also Angst drin. Schreibe ich auch hier jetzt rein, wie der heißt. Genau. So, von den beiden bitte eine E-Mail an. Diese E-Mail-Adresse, hier, da, ja. Mir schicken. Und ja, ich verpacke dann die Dinger und schicke euch jeweils einen davon zu. Ja! Yeah! Gut. Das war es jetzt. Ja. Eigentlich das kurzeste Video der Welt. Sie hat keine Ideen mehr. Ja. Sie sucht dringend nach Ideen, was sie da jetzt quasi für Videos drehen könnte. Ähm, ja, wir haben jetzt eh schon so ziemlich alles ausprobiert, alle Bereiche ausprobiert. Und vielleicht entscheidet sich die Dinger ja auch für ein zentrales Thema. Wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, das wäre interessant, dann auch bitte sagen. So, und jetzt... Ich ziehe kein Kreuzhaar mehr, also musst du nicht ziehen. Genau. Das ist jetzt halt einmal ein kurzes Video von nur fünf Minuten. Also du mal es brav, schön hineingenießt. Wir dürfen nicht mehr rein und sitzen, wir wohnen im gleichen Haushalt. So, also dann. Und ich habe jetzt schon Husten seit zwei Wochen. Genau. Aber sie ist auch schon getestet. Sie hat kein Corona. Corinna, keine Lana. Also dann, adieu und bis zum nächsten Video. Bye! Ich hoffe, die Lika bessert sich und wird bald wieder jeden Sonntag ein Video machen. Ja. Momentan sind wir ziemlich hinten, ich weiß. Ähm, ja, nächste Woche ist ein ziemlich verspätetes Video. Ah, okay. Gut. Das ist schon, ja. Das Thema ist schon durch und jetzt kommt dann das Video dazu. Okay, ich sage jetzt nicht einmal das Thema Halloween. Es hat nichts mit den amerikanischen Wahlen zu tun. Ah, mit dem Halloween hat es zu tun, okay. Okay, sehr gut. Na gut. Also dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.